Heute kommt die Notenbänker-Konferenz in Jackson Hole, Wyoming in die heiße Phase und zwei der entscheidenden Notenbänker, wenn nicht die beiden entscheidenden Notenbänker, die sitzen doch ziemlich in der Zwickmühle und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Ausblick auf die Märkte heute. Janet Yellen sitzt in der Zwickmühle einerseits, weil die Inflation zu niedrig ist, auf der anderen Seite aber die Financial Conditions, die Finanzbedingungen sehr sehr lax sind, trotz der Zinsanhebungen, die die Fed bereits gemacht hat. Was tun, das ist die große Frage. Die Rede Janet Yellens heute um 16 Uhr hat den Titel Finanzstabilität und die Frage ist, wird Janet Yellen da die eine oder die andere Seite bevorzugen, also zu sagen, hier die Inflation ist niedrig, aber sie wird vielleicht höher oder das wird uns ein Stück weit erstmal abwarten lassen, was wir mit der Zinspolitik machen oder wird sie sagen, ja, das ist schon eine Sorge der Fed, dass möglicherweise bestimmte Bewertungen zu hoch sind, weil eben die Finanzbedingungen zu lax sind. Das ist die große Frage, das ist die große Zwickmühle. Eigentlich widerspricht sich, dass man müsste die Finanzbedingungen etwas straffen, etwas anziehen, kann das aber vielleicht nicht, weil die Inflation zu niedrig ist. Das ist also, das ist die Schwierigkeit, die Janet Yellen hat, die Schwierigkeit, die Mario Draghi hat, ist die, dass im Grunde die EZB gar nicht anders kann, als das QI zu beenden, früher oder später, weil die kaufbaren Anleihen ausgehen, aber auf der anderen Seite, je klarer man das kommuniziert, umso höher geht der Euro. Das ist nicht das, was die EZB will und bei Mario Draghi wird man heute bei seiner Rede darauf achten, ob er etwas zum Euroanstieg sagen wird. Das ist die große Frage. Seine Rede hat eigentlich keinen Titel, sondern heißt nur so etwa Ansprache zur Mittagszeit, zum Mittagessen. Insofern ist wenig zu erwarten von Mario Draghi, zumindest so haben es EZB offiziell suggeriert. Aber wenn er Anmerkungen zum Euro macht, etwa die derzeitige Euro-Stärke, ist nicht so wirklich ein Problem für die europäische Wirtschaft, dann würde das eine sehr horkische Mitteilung sein. Würde das bedeuten, dass die EZB jetzt die Schrauben anzieht, keine Angst hat vor einem starken Euro, würde er sagen, ja, wir machen uns Sorgen über einen starken Euro, dann wäre das ein dovisches Signal. Das ist in etwa die Ausgangsposition, in der die Märkte heute sind. Gestern stand im Grunde alles unter dem Zeichen wieder dieser Government Shutdowns-Befürchtungen, nachdem Trump zwei Republikaner attackiert hat, die führenden Republikaner attackiert hatte, Mitch McConnell und Paul Ryan. Und dass eben diese ganze Befürchtung hier nochmal angeheizt hat, dass es wirklich zu einem Government Shutdown Ende September kommt. Das hat die Märkte in den USA ein bisschen ausgebremst, die zunächst mal auf Future Basis positiv waren, dann allerdings ins Minus rutschten. Interessant ist, dass Transportwerte weiterhin sehr, sehr schwach sind, während gestern in den USA Nebenwerte sich ziemlich gut gehalten haben, die in letzter Zeit schwer unter Druck waren. Aber es ist sozusagen im Vorfeld von Jackson Hole, hat man sich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, hat sich jemand im Euro-Dollar-Future mit einer gigantischen Wette auf einen Dollar-Anstieg. Man erwartet also hier offenkundig seitens dieser Wette, die glaube ich 11 Milliarden Dollar umfasst, dass hier der Dollar nach oben geht. Mal sehen, ob dieser Trader recht behält. Ein ähnliches Volumen haben wir übrigens gesehen kurz vor der Wahl im November 2016, als Donald Trump dann überraschenderweise gewann. Schauen wir uns erstmal die Dinge an, wie sie in Asien gelaufen sind. 0,53 plus der Nikkei. Die Asiaten heute positiv gestimmt, ebenfalls in Shanghai. 1,16 Prozent geht es da nach oben. Hang Seng 0,68. Nur Australien hinkt ein bisschen hinterher. Also die Asiaten machen sich keine Sorgen, dass das hier schief gehen könnte, dass hier eine unangenehme Nachricht aus Jackson Hole kommen könnte. Für die Aktienmärkte Jackson Hole ja eigentlich eher so ein akademisches Treffen, kann man sagen. Aber die Beteiligten wissen natürlich, dass hier die Markterwartungen hoch sind immer, dass man da sehr genau hinschaut. Schauen wir uns die Termine heute an. Und da sehen wir den IFO-Indexe zunächst mal um 10 Uhr. Das wird wichtig. Dann die Aufträge lang über Wirtschaftsgüter aus den USA 1430 auch wichtig. Aber dann am wichtigsten wahrscheinlich die Rede von Janet Yellen, 16 Uhr. Also gleich praktisch zum Frühstück, 8 Uhr Ortszeit in Wyoming. Während dann Mario Draghi um 21 Uhr erst kommt. Interessant ist, dass die Rede Janet Yellen nur eine halbe Stunde lang ist. So zumindest im Programm angesetzt, während die Rede von Mario Draghi eine Stunde lang ist. Also vielleicht hat Draghi einfach mehr zu erzählen. Wir werden es sehen. Schauen wir uns die Charts an im Vorfeld. Es tut sich nicht so furchtbar viel. Hat sich auch gestern nicht so furchtbar viel getan. Wir haben diesen Ausflug beim DAX gehabt in Richtung 12.260er Marke. Dann kam der Abpraller. Wir sind rausgegangen bei 12.180. Wir werden ein paar Pünktchen höher reinkommen. Aktuelle Indikationen um und bei 12.195. Also so an der 12.200er Marke. Unklares Chartbild. Was passiert da rauf runter? Das ist einfach nicht absehbar. Wir sind im Prinzip in so einer Seitwärtsrange, könnte man sagen, zwischen 12.090, 12.110 und dieser Marke 12.300 bis 12.345. Das sind die entscheidenden Marken beim DAX. Schauen wir uns die S&P an. 2.442 der Nasdaq. Hier sieht man dieses Erschrecken dann zur Markteröffnung. Nach den Tweets von Donald Trump. 5.842 Dow Jones an der 21.800er Marke. Was macht der Euro? Der hält sich bei 1.18. Wir sind auch hier derzeit in einer vergleichsweise engen Range. 1.1740 unten, vielleicht 1.1830, 1.1840 oben. Das ist so das Spielfeld für die Gemeinschaftswährung. Wir haben den Dollar-Yen stärker heute, 169. Wir sehen Öl. Kann sich ein bisschen erholen, nachdem der Hurricane Harvey jetzt in Richtung Texas unterwegs ist. In Texas sitzen die Hälfte aller amerikanischen Öl-Raffinerien und viele haben jetzt schon geschlossen, haben gesagt, wir machen erstmal Dichte und warten ab, was mit diesem Hurricane dann passiert, bevor wir wieder die Produktion rauffahren. Also hier durchaus ein Momentum, was den Ölpreis kurzfristig unterstützen könnte. Wir sehen Gold bei 1.286 und Silber. 16,97 Dollar nach wie vor an der 17-Dollar-Marke. Also, die Notenbänker, die sind in einer delikaten Situation. Man muss sich irgendwie für eine Seite entscheiden oder wird man sich nicht entscheiden. Die Märkte jedenfalls sind nicht wirklich vorbereitet, dass die Fed im Dezember schon die Zinsen wieder anheben wird. Die Wahrscheinlichkeit der Fed Fund Futures oder die eingepreiste Wahrscheinlichkeit bei den Fed Fund Futures liegt unter 50%. Man geht inzwischen davon aus, dass die Fed im September bei ihrer Sitzung Mitte September dann die Bilanzreduzierung beginnen wird mit kleinen Schritten. Aber erwartet eben keine allzu hawkische Janet Yellen heute. Mal sehen, wir werden sie auf jeden Fall beim Finanzmarktwelt erstmal um 16 Uhr auf dem Laufenden halten, was Janet Yellen machen wird, sagen wird und wie die Reaktion der Märkte sein wird. Ich wünsche erstmal das Allerbeste für diesen Freitag. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.